Ich bin schon auf dem Weg, ich bin schon vor der ersten Schule. Heute machen wir insgesamt drei, circa vier Schulen und ich freue mich auf euch alle. Freunde der Sonne, ich frage euch jetzt noch einmal, seid ihr ready, ready, ready für Superstars? Ich bin schon auf dem Weg, wir haben ganz frei, weil wir die Ghibi, 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 Ghibi. Leute, das gute Baby hier ist durstig und wird jetzt einmal full getankt. Eine kleine Pause hast du dir auch verdient, mein Baby, das hast du alles ganz toll gemacht. also leute die nächste schule es geht weiter eine schule haben wir schon jetzt kommen die nächsten 23 schulen mal gucken wie viel wir schaffen muss der sonne es geht weiter und die nächste schule die wir besuchen wird sein dass heinrich schliemann ja und war schwer daran zu kommen oder was er läuft bei ihr Kannst du die Arbeit organisieren, bitte? Doch, tschüss, Junge! Alter! Nicht übertreiben, Alter! Mann! Jo, Alter! So übertrieben, Alter! Wir brauchen die Bremis am Himmel! I'll wake up! Uwakua! Uwakua! Mir reicht die Bremis am Himmel! Ich mag jetzt so doll! Ich wacke zu doll! Dieser junge Mann hat alles gegeben. Guck mal, wie viel Eis er gelöffelt hat mit Beinhänden. Was für ein Ehrenmann. Danke. Komm, 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 komm. Handy runter einstehen, los. Samuscha, Anne. Das ist meine Frau. Raus, 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 raus. Machen, Machen. René, lauf einfach durch. Ja, ich schlieb überall. Komm, 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 komm. Freunde, SuperSass ist vorbei. Ihr habt wirklich ohne Scheiß, ich habe niemals sowas erwartet, was ihr gemacht habt. Heute und gestern. Ihr habt alles auseinandergenommen. Berlin, ihr seid eh nicht mehr normal. Deswegen fühlt euch gedrückt. Ich hoffe, dass ihr jedem eine Freude bereiten konntet. Ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen abkühlen konntet. Ich hoffe, dass ihr diese langen, warmen Schultage genießen konntet. Und an alle Schulen, in die es nicht geschafft habt zu kommen, bleibt dran. Es gibt weitere Aktionen. Und ich wirklich, ich küsse eure Herzen, dass sie so am Start war für euch gedrückt. Wenn ihr jetzt diesen Wagen seht, ich bin da nicht mehr drin, bitte lasst diesen armen Jungen in Ruhe. Okay, weil er kann einfach wirklich gar nichts dafür. Er will einfach nur Frieden und Liebe haben. Ich bin raus, der Wagen wird jetzt entpoliert. Deswegen, also, bitte nicht traurig sein. Eine Anzeige, ich schwör's euch. Eine fette Anzeige gibt bisher. Ja, wie wir fühlen es nicht von dieser Welt. An alle Leute, die ich nicht treffen konnte, bitte, bitte seid nicht böse. Denn es wird bald ein Special geben für alle Leute, die die Box vorgestellt haben. Und es geht außerhalb von Berlin. Wir gehen von drei Ländern. Und in jeder Stadt gibt es eine Aktion. Bleibt gespannt. Ich hoffe, dass wir uns sehen. Und das war längst noch nicht alles. Alles Super-Size, wie du weißt. 20 Mädels, vier Beat für die Vibes. Komm mir nicht mit Style-Vide. Bitch, ich trag Viktoria´s Geheimnis und dann mal den Team.